Heyho, Freunde! Willkommen zu TheWetJump! Die sind alle gleich aus, Mann. Der andere da hinten, der hat umgedreht. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer Vorgänger, ihr arbeitet derweil für Vergewaltiger und Mörder. Gefällt euch das? Wo ist Berengar? Der Trottel lief weg. Aber obwohl wir uns nur kurz begegneten, er war gesprächiger als ihr. Kein Wunder bei Azar Javets Überzeugungskraft. Wer ist Azar Javet? Ein mächtiger Magier. Ihr seid kein Gegner für ihn. Wir werden sehen. An Mut fehlt es euch nicht, Hexerchen. Mal sehen, wie es euch ergeht, wenn Azar euch geschnappt hat. Ihr behauptet, ich arbeite für Mörder? Dieses verlauste Dorf. Odo kam zu uns, um zu lernen, wie man Krieger tötet. Wir sagten ihm an Jammerlappen, wie er kann nur davon träumen, mit Soldaten zu kämpfen. Faszinierendes Gespräch. Aber es wird Zeit für Taten. Wir haben nicht, was ihr sucht. Es ist nicht hier. Sie haben es direkt zu unserem Stützpunkt in Visima gebracht. Schade. Dann eröffnen wir mal den Tanz. Alles zusammen mit Auwein. Alles zusammen mit Auwein. Alles zusammen mit Auwein. Alles zusammen mit Auwein. Sterben, Bastard. Bastard. Nur Beispiel. Danke. 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 Bleib tot. Bleib tot. Also seine eigene Kameraden, glaube ich, gesagt. Ja. Ich wechseln über den Kampfstil. Boah, ich versuch. Boah, ich versuch. Dass die Kerler tenderet. Wenn's aber tun. Oh, ich versuch. Wann ich jetzt? Boah. 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 Oh, der Schiff. Boah. Was soll die Lecks? Werde euch töten. Ohne die Lecks wird es mir egal. Alter, was soll das? Weggeblasen. Was will dieses scheiß Kind von mir jetzt? Ihr seid ein beeindruckender Schwert, Kämpfer. Das war Alvin. Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Dieser Sohn einer... Gut, dass du in Sicherheit bist. Sie sagten, wir würden nach Visima gebracht. Nach Visima. Dort werde ich die Salamandra finden. Ja, weißt du doch. Mir nach. Nein, 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 noch nicht. Wir looten erst. Diese Wand sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Wir. Versuchen wir es. Wir. Ich. Scheiß Kinder, ey. Die Spur führt nach Visima. Follow them. To Visima. Oh, was ist das? Buch des Waldkauzes? Formeln für Tränke. Das heißt Mehrzahl. Scheiße auf den Fisch, Mann. Was ist das? Waldkauz. Hä, aber kein Waldkauz? Können wir sich stacken? Bin mir grad nicht sicher. Warum das nicht funktioniert? Wo ist der Waldkauz jetzt? Erstmal lesen wir die Schriftrolle. Wo ist sie? Buch der Schwalbe. Bin ich jetzt doof auf beiden Ohren? Ach da. Waldkauz. Weißer Honig. Bindekraut. Haben wir jetzt schon das Buch der Schwalbe gelesen? Katze? Nee. Guts. Wow. Hätten wir vielleicht vorher machen sollen, was? Naja, so wissen wir Bescheid. So wissen wir Bescheid, Jungs. Und Mädel. Oder Mädels. Spaß. Spaß. Wann nicht mehr Kinder irgendwie gestohlen? Es stimmt. Es stimmt. Es stimmt. Die Salamandra haben die Ausrüstung aus Kermorhenstuhl. Kermorhenstuhl. Wir haben die ersten Mutationen schon abgeschlossen. Oh, oh. Nicht sehr cool. Ach, wisst ihr, wo wir sind? In der Höhle, wo wir letztens waren. Abby Geld ist schon hier? Was kocht ihr denn hier für ein Süppchen? Legger. Hallo Abby. Abby Honey. Warum seid ihr hierher gekommen, Hexe? Biva. Warum seid ihr hierher, Hexe? Ich braue einen neuen Zauber. Warum? Sie braut einen Zauber. Er braucht gewaltig. Expekte Patronen. Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Oh. Brennt die Hexe. Brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen. Ja. Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Das war geil, ne? Eigentlich so eine Bestie. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Mikul hat Ilsa vergewaltigt. Sie nahm sich das Leben. Ihr habt von dem Gift profitiert. Der Junge. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Was? Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Jetzt lebt sie als Hure in Vysima. Erster Stopp. Sprechen. Wirklich? Geht heraus, wenn ihr wollt. Wir sind allein. Und wir haben alle Zeit der Welt. Abigail. Seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Noch mal. Jetzt kennt ihr meine Geschichte. Entscheide euch. Jetzt kennt ihr meine Geschichte. So. Kinder laufen da rum, ne? und die helfen so. Und Gerald so. Dann schickt ihr auch eine Karte von dir. Geil. Mal sehen, was die Meute mal... Halt's Maul. Lass die Hexe unter Schmerzen sterben. Ich seh nicht so viel von dir. Die Hexe versteckt sich dort drinnen. Soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren. Dann wird uns die Bestie verschonen. Nicht so schnell. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Sie wollte ihn stehlen. Ihn und sein Gold. Mein Bruder hat sie verschmäht. Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich. Benutzte mich, um ihn zu töten. In ihrer Hütte bemerkte ich eine Puppe, die euch ähneln. Ich träume noch jetzt davon, wie ihre Magie den Mord beging. Sie verdient den Tod. Neuuuuh. Bupp. Euer Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Warum hört ihr auf ihn geistlicher? Er ist ein Mutant, eine Missgeburt, ein Hexer. Eine Missgeburt. Was ist eure Anklage, Haren? Guck mal, der Kerl da hinten. Sie machte mich zum Hafker. Sie versprach mir... Ihren Körper, wenn ich den Scoia-Tel helfe. Ich verachte Anderlinge, aber ich... Ich musste handeln mit ihm treiben. Euch ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Es gibt auch Prinzipien, denen man treu sein muss. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Hast du eine Vagina? Denkt nicht. Teufelsmagie hat sie mit Odo und Haaren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen. Aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie herbeigerufen. Nein, ihr seid die Schuldigen. Hä? Ah. Ist so. Richtige Beine. Ja. Ja, alle Metze. Ja, komm, Gerald, lass mich. Nein, ich will draufhauen. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Werkzeuge des Chaos, Verschwörerinnen gegen die Welt und die Welt. Und da steht eine Frau mittendrin. Hä? Um ihre unstillbare Lüsterheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen, lassen sie sich mit Dämonen ein. Sie wollen uns töten. Sollte ich versuchen. Komm, der Kerl da oben. Da ist sie. Verbrennt, die elende Hexe. Verbrennt hier irgendwie. Freunde, sie wollen uns Angst machen. Fürchtet euch nicht. Warum wackelt ihr so rum? Sie sind machtlos, wenn wir zusammenhalten. Ach, wirklich? Hinfort, Hexer. Und lasst die Hexe hier. Sonst verbrennen wir euch auf. Dein Herz. Jetzt sehen wir, dass ihr das versucht. Zack, tot. Verschwindet. Dann lasse ich euch vielleicht in Frieden. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail. Aber dann komme ich wieder. Und ich schlitze jeden Verlausten, Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann. Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen. Euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen. Wie Menschen. Ihr habt die Wahrheit. Oh, Gerald. Danke. Hab Dank, Gerald. Gehen wir. Wir müssen uns um die Bestie kümmern. Ich glaube, jetzt kommt die Bestie. Da ist sie. Oh shit, wir haben gar kein Geisteröl. Oh oh. Ich glaube, wir verkacken. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los, los. Komm, komm, komm. Gruppenkampfstil. 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 Oh nein, ich hatte das Feuer. Komm da weg, Junge. Junge. Stopp. Waldkauz. Trink. Schwalbe, meine ich. Äh, wo haben wir Waldkauz? Da. Trink. Hau rein. So. Oh, man leckt das so, ne? Ey, komm. Dieses Leben von mir. Herr, wie geht's auch immer tot? Liegt da hinten erstmal auf allen Vieren. Greif doch an, Junge. So, weg mit dir. Oh, rein, rein. Kann sein, dass Abby Gamble... Hör auf, Junge. Hau ab, Junge. Das leckt so. Abby Gamble, schau auf. Keine falsche Scham. Erstmal die Kleinen wegmachen. So, jetzt den Großen, komm ran. Boah. Ey, echt, halt mich ein. Ah, das ist das. Er stammt mich. Ja, ich bin tot. Oh, wir gespeichert. Er ist voll der unfaire Kampf. Zumal das auch noch irgendwie leckt. Und wenn wir den öfter angreifen, dann stunnt er uns. Und dann ist der halt ne halbe Stunde. Oh, ich bin Monsterjäger. Oh, Migräne. Oh, oh. Richtige Huren, der Kerl. Von wegen, Monsterjäger. Oh, wow, wow. Oh, nein, nein, bevor wir angehen. Nein, nein, nein. So. Wir trinken erstmal die letzte Schwalbe. Warte, wir haben noch ganz viele Schwalbe hier. So, wir trinken Waldkautz. Wo bist du? Waldi. Ja. So. Jetzt trinken wir Schwalbe. Sehr gut, sehr gut. Wunderschön. 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 Ey, das ist ne. Dieses Leben. Mein Leben. Geht's so schnell kaputt. Kaputt, Freunde. Geht's so schnell leer, ey. So, hau ab. Hau ab. Hau ab. Wir warten, bis Abigail wieder lebt. So, wo ist... Der ist direkt hinter mir. Der ist direkt hinter mir. Okay, A-Zeichen haben wir. Yo. Was für ein Huren, Alter. Was macht ihr denn da für eine Scheiße? Wieso will ich dir jetzt nicht so viel leben? Ich hab mich immer ausgewichen. Ich hab davon allein gemacht. Macht doch Zeichen. Gut. Steh auf, Abigail, und heil mich. Bitte. Bitte, 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 bitte. Abigail, das ist kein Spiel. Abigail. Ich verbrenne mir hier meinen Arsch. Abby. Abby, babe. Baby. Steh auf. Tu was für dein Geld. Kann ich's machen. Am Arsch. Lass mich doch vor... Ich krieg' Aggressionen. Aggressionen krieg ich dazu. Hier ist die Höhle zurück und braun und irgendwas. Abigail ist die richtige Schlampe. Wie soll man das denn schaffen? Wie komische Gerald. Stirbt. Das sind Höhlen so. Entschuldigung. So, wir gehen jetzt mal... Guck' jetzt, ob wir uns nekrophagen-Öl machen können. Wenn nicht... Aber das kann ich auch hier gucken. So. Äh, Geisteröl. Geisteröl. Warum können wir jetzt... Warum können wir jetzt Geisteröl machen? Sehen wir uns noch mal die Sex-Karte an. Ey, das gibt's nicht, ne? Jetzt! Weißt du? Jetzt können wir uns das machen. Die ganze Zeit versuche ich das zu machen. Kann ich nicht verstehen, kann ich nicht. Kann ich nicht verstehen. Versteh' ich nicht. Ich spreche jetzt mal schnell. Machen wir mal die ganze Geschichte. Bla bla bla... Bla bla bla... Ja, ich... Blalalala... 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 Und dann hier so... Nein! Ich wollte die Karte doch noch einmal sehen. Shit, shit, shit. Passt auf, Leute, was wir machen. Wir trinken jetzt Waldkauz. Wir trinken jetzt Schwalbe. Müssen wir das vielleicht im Kampf nicht machen. Und, ja... Wo ist dieses Drecks... Pissl! Hä? Hä? So, und jetzt hauen wir auf die Fresse. Wir gehen direkt auf Gruppenkampfstil. So. Lass mich durch, bin Arzt. Lass mich Arzt bin durch. Und jetzt kriegt ihr das Scheiß... Drecks... Arschküter. Und jetzt kommt die ganze Kablaaa... Blalalala... Blablabla... 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 ありがとうございます. Verwmistete mir fixe... wa . . ? ? ,? Unsere Boni sind weg. Unsere Boni sind weg Wie soll ich denn im Kampf meinen Okay Hau doch zu Jared bist du Hure Hau doch Leute schnell Hau drauf man Das war klar, das war klar Lass mich verd... Alter, wie unfair Was ist dieses Ver... Hurte Warum Macht Jabbel so ne Scheiße Oh, es ist so heiß Ohohohoho Ist ein richtiger, räudiger Höhlenmensch ist das Wie soll ich mir die Überreste dabei? Ne Tasche Ey, dieser, dieser Drecksboss ne So, ich bin gerade auf den Tisch gekommen Also müsste alles gewackelt haben Ich komme wieder Blalalala 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 Blablabla 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 Das lag so sehr hier, nur weil dieser Scheiß... Ja! Geil! Abigail tot! Nein, nicht die, nicht! Geh weg! Gut. Hi Pirouette! Greift an, dieser Gerald, man! Der greift einfach nicht an! Manchmal. Verhaut mit euch. Verpiss dich! Yo! So. Boom. Bam! Wie einfach war das denn? Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure geholfen habt. Hast du mal gesehen, was ich gemacht habe? Ich hab ihn gewon-hitted! Ich habe genügend Kraft für euch beide. Hallo! Hodo! Greift euch die Mistkabel! Komm! Oh! Guck! Geil! Guck wie das schwer aussieht! Kannst du bitte... Danke. Mit einer Hand! Ich hab's dann unterhose sehen! Ich will den finishing! Ich will den finischen! Oh! 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 Ich hab's dann unterhose sehen! Oh! 250 Ohrens! Ich hab die Bestie gerade einfach gewon-hitted! Wie geil ist Art! Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet! Hm... Das zweite würde mehr Gerald entsprechen! Ich wählte das kleinere Übel! Schade, dass ihr so denkt! Lebt wohl! Komm! Du warst ein One-Night-Stand, ja? Äh... Ich rede mal hier nicht so auf... Meine Liebe gehört Triss! Oder Jennifer! Oh! Sorry! Im Buch gibt es jemanden, der heißt Jennifer! Ich glaub, die gibt's auch hier im Spiel! Ich glaub, die ist sowieso eine sehr elementare Person! Die sowieso immer irgendwie dazu gehört! Ey, wie geil war bitte die... Ich hab einfach gestunt den... den Boss da und dann... Zack! gesnackt hab ich ihn! Das haben wir alle gelootet! Und hier haben wir noch einen, ne? Ist das ein Bargäst? Ja, das war ein Bargäst! Haben wir noch einen? Na gut! Ne, haben wir nicht, ne? Das war's eigentlich an sich so! Ja... Die Schädel will ich jetzt nicht mitnehmen! Ich speichere mich auf jeden Fall! Also... Das hat gesessen! Das ist so geil! Das haben wir verstanden und zack, weg mit dir! Wir haben richtig geskillt, würde ich mal sagen! Richtig geskillt! Hard safe! Was haben wir jetzt eigentlich vor? Der Knopf! Beringas Geheimnis! Beringa Verfloor! Ja, nach Vizima! Haben wir doch irgendwas hier draußen? Vizima! 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 Ab nach Vizima, würde ich sagen! Wo sind wir hier unten, ne? Ja... Gehen wir da lang! Abigail! Lä 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 lä! Abbie! 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 Was ist hier los? Das ist ein sehr riesiger Mann! Das ist ein sehr riesiger Mann! Und ja, eine tote abbie! Warum sind hier alle tot? Warum sind hier alle tot? Hä? Ach, die Bestie wahrscheinlich, ne? I like big! Borten! Abbie! 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 Ist das jetzt meine Kirche? Bin ich jetzt der Baba da? Bin ich jetzt der Baba? Von wem denn? Die sind alle tot. So. Nach 14 Parts sind wir jetzt endlich in der ersten Stadt wie Sima. Aber das werden wir natürlich in der nächsten Folge machen. So. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Seki. Ich bin jetzt der Baba. Ich bin jetzt der Baba. Vielen Dank.